Der VfB Stuttgart spielt eine regelrechte Hammersaison. Wäre da nicht die Fabelsaison der Leverkusener, hätten die Schwaben womöglich sogar um die deutsche Meisterschaft mitgespielt. Für mich gibt es in der Bundesliga aktuell übrigens auch keine spannendere Entwicklung als die des VfB. Vom Abstiegskandidaten zum Champions League Teilnehmer, das ist einfach der Wahnsinn. Dennoch befürchte ich, dass sich das Gerüst, auf welchem auch ein großer Teil des Erfolges beruht, in meinen Augen ist dieses recht wackelig. Und warum ich das so sehe, darüber wollen wir mal in diesem Video sprechen. Vorab, wenn ihr Fußballtalks wie diese mögt und nichts mehr verpassen wollt, dann gebt euch einen Kick, lasst ein Abo da und drückt gerne auch schon mal den Daumen nach oben. So und in dem Sinne gehen wir jetzt auch mal wieder rein. Den Verantwortlichen des VfB ist es grundsätzlich schon mal gelungen, die Verträge einiger Leistungsträger teilweise auch langfristig zu verlängern. Inklusive auch den Vertrag mit Trainer Sebastian Hoeneß. Das alles klingt im ersten Moment richtig geil, ist auch super, ein gutes Zeichen an die Mannschaft und die Konkurrenz. Allerdings hat die ganze Geschichte auch einen nicht unerheblichen Haken. Denn im ein oder anderen Vertrag ist ebenfalls auch eine Ausstiegsklausel verankert. Das bedeutet, dass man beim VfB zwar schon weiß, mit welchen Summen man planen kann, wenn einer geht, jedoch hat man so nicht die Möglichkeit, gegen namhafte Abgänge ein Veto einzulegen. Sprich, wenn ein Spieler gehen möchte und sich ein passender Verein findet, kann Stuttgart gar nichts machen. Das heißt jetzt zwar nicht, dass wir bereits im kommenden Sommer eine Abgangswelle erwarten dürfen. Davon gehe ich aufgrund des sportlichen Erfolges zunächst mal nicht aus. Aber sollte es beispielsweise in der nächsten Saison sportlich eine Delle geben oder umgekehrt, dass der ein oder andere seine Leistungen bestätigt und sogar in der Champions League diese hochhalten kann, da kann es sogar passieren, dass man Spieler deutlich unter potenziellen Marktwert verliert. Wenn man sich reinzieht, wie die Preise im heutigen Fußball explodieren, dann ist insbesondere die 20 Millionen Euro Ausstiegsklausel von Zero Gerasi ein absoluter Witz. Ein Stürmer im besten Fußballeralter, 40 Millionen Euro Marktwert, hat in 24 Bundesligaspielen 25 Tore geschossen. Ja, da sind die 20 Millionen einfach ein Megaschnäppchen und von diesem Geld kann man auch keinen Spieler holen, der das auch nur im Ansatz kompensiert. Klar, man kann die Summe beispielsweise in Dennis Undaf reinvestieren, aber auch wenn Undaf ebenfalls richtig gut ist und beim VfB eine Wahnsinnssaison spielt, ein Gerasi ist er auch nicht und wir dürfen nicht vergessen, aktuell sind beide zusammen da und das wird in der kommenden Saison wahrscheinlich, definitiv will ich nicht sagen, vielleicht bleibt Gerasi ja noch ein Jahr, aber in der kommenden Saison könnte es der Fall sein, dass man nur noch einen der beiden hat, das wäre Undaf und Undaf bezahlst du eben von den Gerasi-Millionen, sprich, dass man da jetzt noch einen Ersatz holt, der ebenfalls um die 20 Tore schießen kann, wäre jetzt eher unwahrscheinlich. Und kommen wir jetzt auch mal zu den weiteren Spielern, welche sich aufgrund von Klauseln verabschieden könnten. Waldemar Anton hat bis 2027 verlängert, kann den Verein für 25 Millionen Euro verlassen, er ist ja der Kapitän und Fixpunkt in der Defensive, spielt mittlerweile sehr konstant auf einem hohen Niveau, 25 Millionen Euro sind hier zwar kein schlechter Wert, Stand jetzt ist klar, damit zu rechnen, dass er auch noch mindestens ein weiteres Jahr bleibt, aber bei dem Preis wird sich wahrscheinlich der ein oder andere große Klub melden. Enzo Mio bis 2028 verlängert, ebenfalls 25 Millionen Euro Ausstiegsklausel, ein Wert, der bei seiner Entwicklung ziemlich sicher ähnlich wie bei Gerasi bald noch als mega Schnäppchen durchgehen wird. Vorausgesetzt, er geht seinen Weg genauso weiter, aber für mich Mio auch einer der wichtigsten Spieler beim VfB, sehr guter Spielmacher, ist auch noch sehr jung. Wenn er keine Klausel hätte, bin ich mir ziemlich sicher, dass man ihn auch für über 50 verkaufen könnte. Hiroki Ito, Vertrag bis 2027, 30 Millionen Euro Ausstiegsklausel, Chris Führig 20 bis 25 Millionen Euro, Führig sogar ein Kandidat ähnlich wie Gerasi, der in diesem Sommer schon gehen könnte. Da haben wir angeblich unter anderem sogar die Bayern Interesse. Mal sehen, ob sich das Ganze erhärtet, da kommt es ja dann auch auf die Abgänge an, aber gut möglich, dass mit Führig ein sehr wichtiger Spieler schon in diesem Sommer geht. Dann Axel Zagadou, 15 Millionen Euro Klausel, bei seiner Entwicklung auch ein Schnäppchen, allerdings dürfte seine momentane Verletzung auch mit Blick auf seine Historie dahingehend potenzielle Interessenten abgeschreckt haben. Und dann wäre da eben noch der Trainer, Sebastian Hoeneß, der sich zwar auch für die kommende Saison bekannt hat und gesagt hat, dass man mit ihm rechnen kann, wo aber sein Vater sagte, bei einem Trainer muss es eben auch schon so sein, dass er auch von sich aus die Möglichkeit hat, ein Arbeitsverhältnis zu beenden. Damit wurde zumindest ein Ausweg angedeutet und das ist Hoeneß aufgrund dessen, was er gerade beim VfB aufbaut, irgendwann zu einem größeren Klub ziehen wird. Ich denke, das ist nicht unwahrscheinlich, gerade auch, weil unter anderem die Bayern ein Auge auf seine Entwicklung werfen. Und ja, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, man kommt hier auf eine ganze Menge prominenter Namen, wo dem VfB Stuttgart am Ende des Tages die Hände gebunden wären. Natürlich klingen die hier genannten Ablösen, insofern sie denn so oder so ähnlich stimmen, wie von den Medien berichtet, auch gar nicht mal so schlecht. Wir dürfen trotzdem nicht vergessen, dass wir hier von teilweise echten Ausnahmespielern aus VfB-Sicht sprechen, wo du selbst mit sehr klugen Transfers nicht garantieren kannst, dass diese adäquat ersetzt werden können. Gerade bei einem Girassi kann man das ja jetzt schon mehr oder weniger ausschließen. Natürlich schon damals bei Sosa, Mavropanos und Endo hat man es geschafft hinterher sogar noch besser dazustehen, was diese Einzelspiele angeht. Aber solche Szenarien sind meistens mehr Ausnahme als Regel, weswegen ich echt mal gespannt bin, wie es denn auch langfristig beim VfB weitergehen wird. Was man an der Stelle auch nicht vergessen darf, die Porsche-Millionen gehen tatsächlich ins Eigenkapital. Das Geld, was man da bekommt, wird man nicht für Transfers einsetzen. Sprich, dass man sich dadurch vielleicht einen finanziellen Vorteil erschaffen kann. Davon können wir gerade nicht ausgehen. Aber gut, ich persönlich würde mir wünschen, wenn der positive Weg auch in den kommenden Jahren irgendwie weitergeht, dass die Spieler sich von sich aus entscheiden, diesen weiterzugehen. Dass sie sagen, boah, wir haben Bock auf den VfB, wir wollen hier Champions League spielen, wir wollen noch weiter oben angreifen. Das wäre einfach richtig cool, einfach weil der Fußball, der gerade in Stuttgart gespielt wird, nicht nur erfolgreich, sondern auch schön anzusehen ist. Große Probleme und wir sprechen hier halt vom Fußball. Es geht nicht immer nur um die interessanteste sportliche Entwicklung, sondern, ja, wie es im Leben so ist, auch um Geld. Und da kann der VfB, auch wenn der VfB nicht mal schlecht zahlt, nicht mit den Großen mithalten. Ich denke mal, ein, ja, mit dem jetzt wieder Gerasi als Beispiel, da gibt es bestimmt Vereine, die bekloppt genug sind, ihnen mit 20 Millionen Euro Jahresgehalt vollzuschmeißen. Oder sagen wir mal mindestens 10 bis 15. Und das wäre ja auch schon deutlich mehr, als beim VfB gezahlt werden kann. Und ähnlich würde es dann wahrscheinlich auch bei den meisten anderen Spielern sein, die hier genannt wurden, mit Ausstiegsklauseln. Oder auch Selbsttrainer Hoeneß, wenn da wirklich dann im kommenden Jahr nochmal die Bayern anklopfen sollten, dann hast du hier neben dem Argument Geld ja auch noch seine Familiengeschichte. Auch wenn er jetzt nicht unbedingt den besten Draht zu Uli Hoeneß hat, nichtsdestotrotz kann man das jetzt auch nicht unterm Teppich kehren. Dann hat er ja dort auch Jugendmannschaften trainiert, sodass man davon ausgehen kann, dass dieser Schritt vielleicht bald kommt. Bis dahin kann man sich, denke ich, aber weiterhin auf sehr guten VfB-Fußball freuen. Ich glaube, in der kommenden Saison wird das alles auch noch nicht so dramatisch sein. Ich glaube, das wird erst so richtig Fahrt aufnehmen, wenn wir nochmal ein Jahr weiterdenken. Aber man weiß halt nie, warten wir da mal ab. Der kommende Sommer wird auf jeden Fall richtig spannend werden, was den VfB Stuttgart angeht. Selbstverständlich werden wir da hier auf dem Kanal auch mit auf dem Laufenden bleiben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wisst ihr, was zu tun ist. Ansonsten habe ich euch wie immer meine neuesten Videos in der Endcard verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei und was ihr auch nicht vergessen dürft, ganz wichtig. Schreibt eure Meinung zu diesem Kommentar ins Thema, wollte ich sagen. Schreibt eure Meinung zu diesem Kommentar ins Thema, ihr wisst Bescheid. Seht ihr es ähnlich wie ich, dass ein langfristiger sportlicher Erfolg beim VfB Stuttgart auf wackeligen Beinen steht? Oder sagt ihr, dass ich die Geschichte dramatischer sehe, als sie ist? Ich bin da wie gesagt auf eure Meinung gespannt. Ihr wisst, ich bin für alle Seiten offen. Wie gesagt unten rein damit und in dem Sinne Freunde, ihr wisst Bescheid, macht es wie immer besser und bleibt am Ball.